Ja, aber was können wir schon machen? Wir können uns weigern, unsere Häuser zu verkaufen. Ja, das wäre nicht... Wir unterschreiben eine Petition. Ja, wir machen allen klar, dass das unser Viertel ist und dass wir es nicht ohne Kampf aufgeben. Hach, Arnold. Was für ein ätzender kleiner Klugscheißer. Dieser verpennte Traumtänzer. Verstaubter Hohlkopf. Will immer jeden dazu bringen, die positive Seite zu sehen und das Richtige zu tun. Ich ihn verachte. Nein, eigentlich liebe ich ihn. Ich liebe ihn.